Alles klar, Leute, und wir sind wieder hier bei Pokémon Smaragd Nuzlocke, dem vorzeitigen Finale. Ich denke, das Projekt wird noch so drei, maximal vier Paar Skien. Hm, ja, wer ist das zu hier vorne? Ja, gut. Hi. Ob wir aber nur die Trainer, die alle in der Arena erhalten haben, zudrehen. Trainer lassen sicherstellen, dass du auch alle in Ordnung hast. Trainer, glaube ich mit deinem Pokémon und gehe weiter. Okay, ich habe keine Ahnung, oder so. Leute, auf geht's. Ich finde den Übergang so hässlich hier. Es ist so, ne, passt irgendwie nicht. Also, es ist ein Unlicht, äh, Top 4, oder? Was soll das hier sein? Das sieht aus wie elektronische Platinen. Naja, willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Ich merke den herausfordernden Blick. Ich denke, es wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Was schön ist, lass uns beide einen Kampf erleben. Wie man ihn nur in der Pokémon-Liga erleben kann. Und jetzt auch so der erste, der Top 4. Ulrich. Und jetzt ein Unlicht-Pokémon. Und eine Mino. Magnion soll anfangen. Okay. Sui, sei, was du kannst. Okay, ich bin ein bisschen überlevelt. Hm. Oh, passt. Himmel-Emp. So, komm, mach ein One-Hate. Trotz Bedroher. Ich bin stolz auf dem Sui. Kappels, Kappels. Sehr gut, beruhig dich. Kappels. Absur. Oh, ein bisschen stärkes Pokémon. Hm. Ich bin keine Aeoras, ne? Hm. Oh, komm, Kipa. Hau rein. Dü-dü-dü-dü-dü. Tentaxa. Ach, ich liebe Absurd. Ich hab so gern einen Absurd gehabt. Das ist mir gleich gewesen. Äh. Wir müssen mal die Attacken ein bisschen umsortieren. So. Äh, Surfer. Wiii. Surfer. Jupp. Macht seinen Job gut. Uh, Schwer-Tanz. Hm. Das will mir nicht gefallen, meine Dame. Wobei, ich bin sehr ein Herr, aber egal. Schon so ein episch geiles Pokémon. Ich liebe Absurd. Mann, das sieht sich an. Das ist so geil. Und leider auch weggeschwemmt. Naja. Tschüss. Okay, ich bin ein kleines bisschen überlevelt, aber für den Champ muss ich sein. Sorry. So, dann kommt das nächste sein. Tengulist. Und dann bin ich die Perfektik-Reinwaffel für Logok. Hm. Und zucki, zucki. Tengulist. Ähm. Übertreiben wir es. Roar. Ich liebe es. Schön. Ich mag es einfach. So, Tschüssikowski, du Flasche. Und speziell von Zucki, stinkst du stark. Nein. Warum? Warum tue ich sowas? Ich bin so, hm. Kremotag. Ja, da kann ich dazu wieder reinbeißen. So. Ja, der erste ist irgendwie... Er hat zwar eine Vielfalt von verschiedenen Pokémon. Also, alle haben einen Ulrich-Typen. Hm. Ulrich-Typen. Hm. Alle haben einen Ulrich-Typ, aber... Zwei-Typ. Außer Absol und Magnein, aber... Das bringt nichts viel, denn ein Kampf-Pokémon oder ein... Käfer-Pokémon bringt ja auch extrem viel. Noctusca. Würde ich wieder Zucki machen. Dann muss ich mal ein Start-Up-Pokémon. Ich muss auch mal... Ja, mal... Ein bisschen... Zeigen, was ich das kann. Fahren, weil ich es mit dem Chap nicht einsetzen kann. Ich könnte es schon, aber dann wird es sterben. Und das wäre nicht gut für mich und für meine Zucki. Für meine Zucki. Egal, Flammenwurf. Tschüss, Noctusca. Wow. Wie ich nur Absolut einer der Einzige-Tacke überlebt hat. Na ja. Was soll's. Ich habe verloren. Ich, Ulrich, von den Top-4 macht nichts. Es war lustig. Oh, du, komm, Kind. Yeah. Du, nimmst dir an, was ich dafür zu sagen habe. Du bist bereits ausgerüstet, aber jetzt hast du in den nächsten Raum gehen. Zum nächsten Kampf. Alles klar. Dann schützt mich nicht mehr. Danke. Ich brauche unbedingt einen Schuss bei der Top-4. So, jetzt kommt Lani nach vorne. Und Lani gebe ich jetzt erst mal eine Persinbeere. Und habe hier eine Prunusbeere. Na, Prunusbeeren. Na, Prunusbeeren. Ich glaube, keine Prunusbeeren. Weil einige der Geist-Pokémon hier können verwirren sind. Das sieht schon noch richtig cool aus hier. Naja. Wieder geschmackt, wie es in der Remake aussehen wird. Na ja. Ich bin der Thorne. Ich bin der Top-4. Ich habe den Büro-Bak trainiert. Wenn das alles habe ich ja die Geist-Pokémon zu kommunizieren. Die Tats sind zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob mir irgendwas gegen meine Prunusbeeren ausrechnen kann. Okay, du hawaiianisches Mädchen. Ja, ich habe Mädchen gesagt. Zwerglo. Oh Gott, ich will nicht mit den Pion. Jetzt, dass wir Fins abgehen können hier. Oh Gott. So, wir machen Spukball. Was ist denn sowas? Ernsthaft? Naja. Wobei, stört mich eigentlich nicht, ne? Ich habe genug Spukbälle. Ach ja, das ist hier der Zwinger. Oh nein. Oh Gott. Oh. Okay. Heißt so viel wie ich wechsle aus, damit Zwerglob geheilt wird. Okay. Hm. Ich hasse Zwerglob. Es ist so ein defensiv starkes Pokémon. Ah. Okay, war. Ja, aber ich will jetzt hier nicht rumfluten. Ich will jetzt hier nicht rumfluten. Ja, ich habe Genesung. Ja, egal. So. Äh, wie viel zieht denn den Surfer ab? Huiiii. Konfakte Welle. Ja, genug. Finsterfaust. Deswegen konnte ich jetzt nicht angreifen, weil nur Finsterfaust hat. Okay. Und Schutzschild. Ich weiß schon, dass hier meine AP zu nahe gehen werden. Wetten? 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 So, ihr Surfer! Schussikowski! Nicht. Kein Fußstrahl. Oh, come on. Really? So. Ich will die Gegend jetzt austricksen, indem ich jetzt auf Gerda wechsle und eine Finsterfaust predikten werde. Ich will den Schutzschild nicht lernen dürfen. Ernsthaft. Das ist so blöd. Das ist eine Abwehrverschwendung. So, Zwerklop besiegt. Ich brauche zwei Pokémon. Bein Pokémon. Ich glaube es ja nicht. Ich bin überlevelt. Na ja, Zwerklop ist ein verdammt defensiv starkes Pokémon. So, Barnett. Das dürfte dann Lani weitermachen. Barnett sollte kein Ding darstellen. Spookball sollte ein Satchana anrichten. Ja, und Volltrafer sogar. Das ist natürlich perfekt. Tschüss, Barnett. Barnett. Hm. Das kann es sein. Ja, Zubiris. Zubiris hat beworben, weil es keine Schwächen hat. Deswegen darf Zugeh das machen. Kann ich wirklich keine Bücher-Knacken lernen. Daher sollte das kein Ding darstellen. Ach, Zubiris kann man jetzt sträußeln und ein flamm fieses Fick sein. Flammetwurf! Obwohl es alles so schwach aussieht, kann es einige extrem gut austeilen und einstecken. Aber auch nur, wenn man es richtig benutzt. Und dir ist es schlecht benutzt worden. Barnett. Das darf Lani noch mal machen. Zubiris zurück. Los, Lani. So. Du, 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 Barnett. Du, 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 Spookball. Blup. Blanz tot. Oder vielleicht überlebst du den noch. Jo, knapp. Fassade. Oh, wie süß. Das macht gut schaden eigentlich. Aber der hat ja auch einen relativ guten Angriff. Und ich glaube, es hätte einen Spuk abgenommen, wenn ich keinen Normal-Pokémon rauskriege. Ha, 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 ha. Daher, Gearscht, mein Fräulein. Gearscht. So. Es kommt noch ein Zwerglob. Und ich werde jetzt die gemeine Taktik mit Toxin benutzen. Weil ich denke mal, es kann auch Schutzschild. Deswegen soll es langsam verrecken. Und dass ich dich auswechseln kann. Ha, ha, ha. Ich weiß gar nicht, ob die Kali so eingeschätzt, dass sie auswechseln wird. Na ja. Mein Plan. Es geht natürlich prompt daneben mit 90% Trefferquote. Geil. Yell. Oh, oh. Das wusste ich, dass du diese Taktik beherrschen kannst. Deswegen... Oh, ich schicke sie da rein. Na komm, Yumi. Yumi kann auch mal zeigen, was sie kann. Lubella! Das ist so viel Erdbeeren beherrscht. Also, bezwirfen, fängst du es nicht, aber... Oh Gott. Ja, man merkt schon. Man sagt auch schon vorher, es hat nicht wirklich viel abgezogen, ne? Weil es hat auch relativ wenig Angriffskraft. Es ist eher defensiv ausgelegt. Dafür bin ich eher aggressiv, also Angriff. So, und ich falle mal eben... So. Keeper. Du, 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 du. Weil ich bezweifle, dass Yumi hier wirklich was hat. reißen kann. Weil... Flop! Was geht eigentlich? Es geht. Was geht eigentlich, ja? So, noch ein Zauberblatt. Flop! No. Aufgewacht. Ja, mach mal. Warte! Ich kann das wieder Taktendes Viech! Okay, das macht kein Schaden. Und es hat eine Citrobeere. Halleluja! So, ich kann das auch nicht riskieren. Okay, das ist eher auf Angriff ausgelegt. Gut. Wenn dem so ist... Natürlich, die Verteidigung hast du. 81. Und du hast... Ja, du bist ein bisschen mehr, deswegen... So, du bekommst erst mal einen Eisstrahl ab. Weil der Gegner kann das nicht vorher, denn das ist jetzt auswerten. Werde auch mein Doxor. Du, 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 du... Ja. Ja, wenn die einfrieren, danke. So. Hatten wir ja über Seedra King. Ja. Juan, dieser Penner. So, Erdbeben. Halte ich aus. Solange es ein Falltreffer ist. Jo. Und noch ein Surfer zum Gute. Tschüss, Zia-Club. So. Der programmatische Kampf ist jetzt vorbei. Lieb dem Champion. Und ich würde sagen... Halleluja! Auf der, auf der Abend aus und vorbei verloren. Nein. Das war zwischen dir und meinem Pokémon jetzt sehr stark. Äh, zwischen deinem Pokémon. Das habe ich gar nicht bemerkt. Da konnte ich nur verlieren. Jetzt muss ich sehen, wie heute dieses Ball ausgeträgt. Ich gehe um weiter zu dem nächsten Raum. Schnell! Das will ich aber heilen. Jetzt! Oh Gott! Es ist durchgedreht. Ich bin durchgedreht! Oh Gott! Sie ist... Ja. Ja. So. Auf zum nächsten. Der Topf 4. Und... Ich werde mir kurz Schnitt machen. Und ich werde nicht vergessen, das herauszuschneiden. Ja, ich bin mir gleich ein bisschen gestört. So, der nächste ist Top 4. Beginne der Beziehung oder mit 400? Ich glaube, es ist auch 400. So, ich denke mal, du und du, die zwei hier, bei Natsuki Oni Run. Ja, Kiyoko kann auch mitmachen. Genau, gut. So. Hi, Frosina. Willkommen. Mein Name ist Frosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhe gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, würde mich zwingst, alles zu geben. Das kannst du haben, meine Gutsche. Das kannst du haben. Sollte ich mir, denke ich, alle Top 4 in einer Folge bringen. Das wird zwar eine lange Folge, aber ich will den epischen letzten Kampf in Einung. Ich fange mit Seeyong an. Scheiß drauf. Komm, ich versuche es einfach mal. Komm, gut Glück. Zuki ist stark. Zuki ist mächtig. Oh, guck mal, Zuki. Ich bin stolz. Ich bin stolz, um Trainer zu sein, Zuki. Oh Gott, gleich mal wieder Reiser rausgeholt. Okay. Äh, Kiyoko. Oh, Junge. Das wird im Spaß. So. Wall Reiser. Das ist zu genial aus. Hätte uns gesehen, ob es auch werden können, aber nö. Walls nach, nee. Tourist Cunt, Tourist Cunt. Deswegen. Rückkehr. Oh, jetzt sind sie auf meinem Level. Eisstrahl. So, mach mal. Oh, das ist nicht so effektiv. Willst du mich verarschen, Spiel? Oh, Junge. Warum? Ich würde das gleiche Spiel wieder mit dem Juan haben. Natürlich, was ist denn? Volltreffer. Jetzt reicht's mir. Auftauen hier. Jetzt frostet es aber hier. Ah. So. Was kommt jetzt? Eis. Den Scheiß kannst du gleich mal lassen, mein Guter. Den Scheiß kannst du gleich lassen. Gott. Ah. Stirb. Natürlich. Es fliegt alles Geld. Und danach. Er hat es nicht dabei. Er wird noch geheilt. Oh, Gott. Diese Gute hat gemacht mehr Schaden. Oh, Gott. Oh, Eisstrahl. Oh, Eisstrahl. So. Jetzt ging es eh in den Trank. Ja, ey. Warum? Wieso? Warum Eis ist Kälte? Ernsthaft? Ich meine, klar. Es sind nur 30. Aber man muss auch bedenken. Es sind 30%. 30%. Die treffen können. Die können treffen. Und das machst du schwer hier. Oh, Gott. Stirb. Stirb, du Drecksau. Stirb. Stirb einfach. Danke. Hast du viermal versucht, Eiseskälte zu benutzen? Ey, dieses Drecksschwein. Ernsthaft. Wenn er es getroffen hätte, ich hätte mein Gamepad in den PC reingeworfen. Hallo, Pinnantor. Tschüss, Pinnantor. Ich brauche einen Schluck zu trinken. Ne, das geht gar nicht. Das geht auf meine Nerven. Oh, es überlebt. Warum? Eissturm. Der macht mich langsamer. Wow, das war ein Volltreffer. Ich bin enttäuscht. Oh, jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. So, Flammenwurf. Ja, Eisstrahl. Wird, denke ich, nicht viel mehr abziehen. Yo. Flammenwurf. Jetzt kommt wieder ein Seon ins Kämpfchen. Ein Volltreffer. Ja, schön. So. Flap. Level ab. Und Seon. Äh, Seon. Das darf dann mal. Da kommt die Yoko nochmal. Ich denke mal, Seon kann keinen, keine Eiseskälte. Aber ich heile den nochmal, lieber. Ernsthaft, konnte mit solchen Attacken an, ey. Das ist ja unglaublich. Ernsthaft. Ey, Eiseskälte in der Top 4. Wie lame seid ihr, bitte? Hagelsturm. Du ziehst nur einen Vorteil daraus. Ich bekomme... Nach dem Sechzehntel an Schaden. Das ist ja auch verdammt viel, ne? Sind ja mir in voller 11 KP, aber hey. Ist doch egal. Rückkehr. Show me the love. Wenn ich das... Blizz... Moment. Hä? Blizzard ging daneben? Im Hagel? Äh. What the fuck? Whatever. Stirb. Wow. Das hat mich jetzt ein bisschen... verwundert. Aber schon ein kleines bisschen. Ich meine... What the... Na ja. What so old's... Zuki? Blizzard im Hagel trifft immer, oder was? Er trifft in der vierten Generation so. Ich weiß, es ist gerade gar nicht. Ich denke schon. Hm. Kein Plan. Egal. Es hagelt. Ja. Schön. Danke für die Information, Spiel. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Hitze-Color. Oh, ich rass aus. Schön. Schön, 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 schön. Das ist sehr effektiv. Und... Das war's auch für Frosina. Yay. Du und deine Pokémon. Ja, ja, ja. Zusammen hat, verbrennt alles. Diese Hitze besiegt jeden. Ah, jetzt war er mit Logo-Grundenachter. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahin schmorzt und dir nichts schadete. Ja. Eises Kälte, Frau. Naja. Geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Dihekern. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab Angst. Ich hab so Angst vor dem nächsten Typen, ey. Äh. Wie lange nehme ich das eigentlich schon auf? Moment. 20 Minuten. Hm. Wer liegt in den nächsten zwei... Ach, komm. Ich mach es so. Äh, ich werde den nächsten in der nächsten Folge machen mit dem Champion. Und dann wird das Let's Play, denke ich, auch bald zu Ende. So, ich würd sagen, das war's dann von Pokémon Smiragd Nuzlocke. Von heute. Es war ne... Oh, ein interessanter Erfolg mit eisiges Geld. Und in den nächsten Mal geht's hier weiter. Bis klein, Leute. Cheerio. Bis klein, Leute. Vielen Dank.